ja und damit willkommen zurück zu kalisto protokoll unsere aufgabe ist es diesen tollen generator jetzt anzuschmeißen und es wird natürlich gar kein lärm verursachen und es werden auch keine gegner kommen wunderponig ja und er startet natürlich nicht ja dann schauen wir doch mal ich hoffe die musik berückt sich halt irgendwann noch mal aber ich raten ich muss da runter ach ja dort schon mal so gitter sachen und hier oben schon einer kiste ja was soll es wieder voll nummer eins na moin jut ok wir haben licht gibst du mir auch loot nice wie komme ich da runter ja vielleicht über die leite die vor mir ist schade oh wieder fingerübungen hier Ja, geil Nein, ey, ich hab den Fokus verloren Das ist so nervig in dem Spiel manchmal Ich muss nachladen Oh, komm Ja, komm her So, gut, kann ich jetzt mal nachladen Dankeschön Sehr Mehr Goodies Nee Soll ich die Soll ich hier noch fertig blieben Dankeschön Okay Sicherung Nummer 2 Sehr gut Das bringt eigentlich eh nix Sehr gut Hey du, komm mal her Nice Gut Dankeschön Nice Mehr Scheiße Aber wir haben ja kein Zapp mehr Moin Mein Arsch Okay Okay Komm her Noch einer Okay Wo ist nochmal 3 Sicherung Caution Ich würde mal sagen Da oben Und lass mich raten Sobald das dann an ist Oh, ist der Darf ich doch den ganzen Schmarrn wieder durch Ernst jetzt Ah ne Dacht schon Zwei nach unten Also Hey, es wäre die Licht Der Strom ist an Jetzt zurück zum Bahnsteig Das ist Ruhe aufgegangen Abkürzung So, runter mit dir Jacob Bist du da Die Kolonie hat wieder Strom Ich, ich, ich verstärke das Signal Ja Ich kann dich hören Ich komme jetzt zur Kolonie Ich melde mich, wenn ich da bin Muss jetzt leise sein Oh, scheiße Sei vorsichtig Bis gleich Ja Wobei Kann ich da vielleicht einen U-Weg gehen So, konntest du da Er sagt mir jetzt nicht Du konntest du nicht runter Okay, komm Wir gehen jetzt da ganz leise rauf Wir tun die jetzt mal ignorieren Wir müssen ja hier nicht alle töten Habe ich da nicht alles gelootet? Geht doch nicht Ja, da kommt einer Servus Ja, mit dem Loot Dankeschön Sind wir safe? Ich glaube ja Ja, aber bei safe ist hier relativ, ne? Okay Okay, hier scheint keiner zu sein Ja, natürlich Wow Alter Das hat mich jetzt kurz gekriegt Ah, fuck Ah, so leise Easy So, so, wo man da ist Danke schön Scheiße Okay Okay Noch jemand? Wenn ihr jetzt ganz nett seid Dann habt ihr jetzt noch ein bisschen Gesundheit mit dabei Damit ich bei mir die Spritze nicht brauche Natürlich keine Gesundheit Hast du wenigstens was? Naja, nur Credits Okay Wow Okay Naja, es geht Wie sieht's denn aus? Wir haben 500 Kann ich was verkaufen? Nichts, was ich verkaufen will Das ist alles 900 Hm 300 für mehr Schaden Ja Sehr gut Ja, dann Einmal spritzen, bitte Also ich muss mit der Plattform nach Arcas transportieren Wenn ich jetzt die Kiste aufmache Oh, ja Oh, shit Yes Okay Wir tun mal Soll ich vielleicht etwas nehmen Mit etwas mehr Schuss Warte mal Wir nehmen Zwo Wie viel Schuss hast du maximal? Sechs Ja, komm Starten wir die Party Okay Es geht los Okay Oh Was ist es? Oh nein Okay, schmetz dich mal. Dankeschön. So, Reload. Und wo? Und wo? Haller. Ja, komm. Alter, komm, mach jetzt. Ah, ja, geil. Jetzt kommen sie alle. Ah, und der Nächste. Gut. Und wo? Scheiße Okay Und helf Dankeschön Ja, ja, tut mich auch Mit der Schutzkleidung Wann sind wir denn da? Warte mal, da ist noch mal helf Ja, nimm halt Mein Gott Oh, was bist du? Alle Scheiße Lauf Lauf, 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 lauf Ja, das hat gut funktioniert Bitte sagt mir nicht, dass ich jetzt alles nochmal neu machen muss Oh, danke Okay Okay, schnell weg Nein, das gibt's doch Was soll denn das? Ja, komm, überspringen Oh, oh Singi, sie haben ja auch kaum zu neid Komm, mach schneller, mach schneller Lauf, 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 lauf Ich lauf mal ne Runde Scheiße Scheiße, 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 scheiße Lauf, 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 lauf Alter, wie viel steckt denn der ein? Lauf, 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 lauf Okay, lauf, 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 lauf Lauf, 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 lauf Okay, schnell, 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 schnell Nein, schnell, schnell, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg Ah, scheiße. Schnell, 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 schnell. Andere Waffe. Schnell, 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 schnell. Ah, das ist scheißvieh. Ah, Mann. Ey, das gibt's doch nicht. Wie viele denn noch? Ey, der kann's mir doch nicht erzählen, dass der so viel Munition frisst. So, jetzt. Boah, Gott sei Dank. Okay. Ja, Gott sei Dank. Alter. Gibt's da noch ein bisschen mehr Munition und so? Scheiße. Okay. Mal durchladen hier. Das war jetzt ziemlich intensiv. Ich will ja nix sagen, aber ich glaube, hier war schon länger keiner mehr. Ah. Hallo? Ach so. Kolonie. Also. In Zukunft gibt's auch Dixi-Klos. Da oben ist eine Kiste. Äh. Äh. Was war das? Äh. Sie haben uns gesagt, dass uns ein neues Leben erwartet. Hahaha. Ja, klar, Mann. Wohl eher derselbe alte Scheiß. Ich meine, ist doch so. Auch mit Dopperschichten komme ich kein Stück weiter. Es tut mir wirklich leid, dass es so lange dauert. Mö. Ich hasse den Gedanken, dass du noch auf Helix festhängst. Ich verspreche dir, ich hole dich da bald raus. Du fehlst mir. So. Mal schauen, ob sie wirklich auf der anderen Seite ist. Und was dann passiert, dass wir halt wieder nicht zu zweit sind. Aber hier dürften diese Kopfdinger nicht sein, weil es hier so frostig ist. Wobei, jetzt habe ich es gesagt und jetzt kommt vermutlich einer. Das ist die Kolonie? Ich bin in der Kolonie. Wo bist du? Siehst du den Lichtturm? Wir treffen uns dort. Lichtturm. Alles klar. Ja. Okay. Das. Das ist ein sehr komisches Lager hier. Äh. Gutis. Und nicht so gut. Und nicht so gut. Bist du so einer, der nicht sehen kann? Oder kannst du sehen? Ne, was hast du erwartet? Mittauen. Komm her. Hey, Kollege. Komm mal her. Neue Wanddeko. Kommst du auch mal her. Geil. Dankeschön. Ah, da drin. Ja. So. Problem gelöst. Gutis. Gutis. Keine Gutis hier unten. Na komm. Hier muss doch irgendwas drin sein. Nö. Ein bisschen mehr Gesundheit wäre gerade schön. Nämlich von diesen Riegeln nicht allzu viel verwenden. Na ja, so heimelig ist halt was anderes, ne. Moin. Problem gelöst. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Soll ich ihn gleich töten? Ja. Ich werde vielleicht später noch zu haben. Dankeschön. Wenigstens etwas Loot. Hier liegt ja gar nicht... Na, von wo? Hm. Keine Handkarte, wo? Ja, okay. War schon zweimal. Da ist der nächste. Lass mich raten, du wirst richtig schön leer machen. Oder auch nicht. Sonst noch was Spannendes? Naja. Ich komme nicht in den Aufzug. Dieser Bereich ist abgesperrt. Ich bin nicht von da gekommen. Musste durch den Bachraum da oben, um alles aufzumachen. Bachraum? Ich suche hier unten einen. War ja klar. Problem ist, hier schaut halt irgendwie alles gleich aus. Hm. Aber auch keine Goodies. Ja, ich frage mich wohl, warum? Oh, warte mal. Da hinten geht's nach oben. Ja, mein Stockwerk nach oben. Oh. Servus. Alle Arsche, ich bin da mit dem Fokus. Ach, die scheiß Viecher. Ah, jetzt kommt natürlich er. Oh, geil. Hahaha. Geil. Geil. Noice. Ah, jetzt schon wieder ein Fokus. Ach, Mann, was? Ich dreh am Rad. Okay. Nehmen wir hin. Elf. So, Loot. Dankeschön. Oh, Kiste. Komm her. Komm. Krieg ich von dir auch noch irgendwie Loots? Oder eher nicht? Eher nicht. Oh, Security. Ich glaube... Oh, Moment mal. Da hat's noch Goodies. Das sieht noch verkaufen aus. Ui. Aha. Für dich habe ich keinen Schuss mehr. Ich würde mal sagen. Sieben von sieben. Nimm mal dich. Guten Tag. Oh. Element. Ich würde mal sagen, das ist der Wachmann. Ich würde mal sagen, das ist der Wachmann. Dankeschön. Ich glaube nicht, dass du was gefunden hast, was mich jetzt so großartig überraschen wird hier. Da sind alle wahnsinnig. Ja, komm her. Das ist schon ein geiler Power-Move. Ich muss jetzt gerade an das eine Spiel da denken, wo du quasi nach so einem Horror-Spiel quasi die Putzkraft bist und alles sauber machen musst. Da fällt der Name gerade dazu nicht ein. Das könnte man eigentlich mal anzucken. Wenn ich mir der Tatort reinige. Ne, der ist offen. War ich hier nicht schon? Ne, aber da hat's Goodies. Goodies, die ich eh nicht mitnehmen kann. Ich hab so etwas noch nie gesehen. Es kam von da unten, unter dem Eis. Das ganze Gelände ist abgeriegelt. Die UJC hat eine Eingreistruppe losgeschickt, aber sie müssen sich beeilen. Irgendetwas passiert hier. Die Leute werden krank. Die Leute wurden infiziert. Um sich zu verbessern oder sonst irgendwas. Stehst du? Ja, klar. Hätte eigentlich damit rechnen müssen. So, gib wenigstens Loot her. Dankeschön. Okay. Musste es jetzt sein. Ja, ist noch ein dritter. Komm. Jetzt mal weg. Okay. Ihr steht jetzt alle ein bisschen beschissen da. Wisst ihr das? Ich muss da nach hinten. Ja, so geht's auch. Ja, dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Mhm, klar. Und er geht natürlich nicht nach ganz oben. Da wäre noch ein bisschen was. Ich hatte keine Wahl. Durfte nicht zulassen, dass es sich weiter ausbreitet. Sie waren natürlich alle ersetzt. Aber was wir gefunden haben, was ich gefunden habe, das könnte der Schlüssel zu allem sein. Ich muss Kontakt mit dem Kreis aufnehmen. Kommen sie da her? Okay. Du hast jetzt mal nicht sehr viele ausgeholten. Aber ich will mal hier reingucken. Was bist du für einer? Warum schaut ihr so komisch anders aus? Als wäre das erst vor kurzem passiert. Keine Revolver-Munition. Und hier. Inventar voll. Ich habe es da vielleicht doch was loswerden aus dem Inventar. Aber idealerweise warte ich noch auf die Upgrade-Station, wenn sie denn irgendwann mal kommt. Sehr gut. So. Hier wird sich nicht verwandelt. Drecksviecher. Was ist glunt? Nee, ist natürlich wieder nix hier hinten. Eitauen. Gut. Oh, war ja... Antwortet sie nicht. Geht's einfach mal hier hoch. Äh, wobei... Na gut, da geht's weiter. Oder ist die Tür zu? Äh... Sicherung? Ja, natürlich. Ah, ja, klar. Irgendwie... Warte mal. Ich möchte mal kurz ein Foto machen. Äh... Bewegen. Foto. Dankeschön. Und fertig. Sicherung, wo? Nice. So. Nein, was soll'n das? Mann. Es gibt's doch nicht, dass ich da ständig... Ich warte nur auf den Moment, dass ich dann irgendwas in OBS dann verstelle, auf einen anderen Monitor. Nur weil ich aus dem Spiel da irgendwie rauskomme. Mann. Mann. Naja, impfen, ne? Ich glaub, die Impfung war in diesem Falle nicht so gut. Und... Wo ist er eigentlich? Was geht denn hier ab? Sicherung? Geil. Alter. Jetzt geht das irgendwie schneller. Okay. Noch mehr. Immer da hinten reinschauen. Okay. Immerhin. Kiste. Lohnt es sich? Ah, da wären noch mehr drin. Unten jetzt Schlüsseler. Abzaufe, für den haben wir Platz. Komm. Da wird doch jetzt noch einer kommen. Ha. Das lief gut. Und hinten. Und hinten. Jetzt komm, haut drauf. Ja, einmal durchlaufen. Ne, echt jetzt? Keine Munition mehr. Ja. Äh. Immer halt auf dich. Scheißvieh. Komm her. Komm jetzt. Nein. Ah. Alter, nein. Ich habe natürlich wieder einen, der nicht durchgeladen ist. Scheiße. Alter, ja. Jetzt. Nee, oder? Ah. Ah, Mann. So, ab wann darf ich jetzt wieder anfangen? Ja. Ah. Okay. So. Okay. Da haben wir jetzt die K-Munition. Wir gehen einmal auf Big Mama. Und dann durchladen. Ich gehe aber trotzdem nochmal da hinten und hole mir das von der Kiste. Okay. Gut. Nice. Alter Okay Ich verstehe die Kamera manchmal nicht So Warte mal, das habe ich doch gar nicht ausgewählt gehabt Ich will ich ab Weil so ein Kollege gleich nochmal kommt So, durchladen Arschloch Und der nächste Sicher nicht Ah, halt mal aggressiv hier Ja, durchladen Oh, Gott sei Dank Upgrade Station Mit Goodies Ja, oder auch nicht Okay, können wir irgendwas Sinnvolles hier machen Verkaufen Oh, CPU-Drucker Nice Wir haben Geld 3000 Was machen wir denn da schönes Ja, machen wir mal das Damit das mal schneller wieder auflädt Dankeschön Dankeschön Und dann Mal gucken Was haben wir hier noch Bubenkugeln 1800 800 Mh, Pistole Revolver Was gibt es denn hier noch so Blockschutz Mehr Schaden 2007 Ah, shit Mh Nö, das brauchen wir nicht Automatik Pistole Bin nicht so Fan von der Magazin Größe Ja, komm Dankeschön So, 1200 noch Uh, Explosivgeschosse Das war natürlich auch geil, ne Naja, komm Dann geben wir dem Revolver noch ein Upgrade 1800 Nee Geer Upgrade Medium Komm, machen wir das hier noch Und dann sind wir erstmal gut bedient Okay Wir schauen mal aus Munitionstechnisch 13 10 10 Naja Könnt schlimmer sein Dankeschön Könnt ich das jetzt mitnehmen Geil Okay, liebe Leute Wir sind schon wieder an der Zeit Ich würde sagen Wir sehen uns dann in der nächsten Episode Und dann mal schauen Ob wir zu unserer Freundin hier kommen Und was mit ihr los ist Dass sie nicht mehr funkt Bis dahin Bleibt gesund Ciao Ja, liebe Leute Das ist leider das Ende von dem Video Wie immer würde ich mich freuen Wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt Wie ihr es gefunden habt Aktuelles zum Spiel Findet ihr hier in dieser Playlist Ansonsten der neueste Upload Hier oben Und wer möchte Kommt auch auf unseren Discord-Server Link ist da rechts oben Gibt auch immer wieder gratis Spiele Und da könnt ihr auch mit mir quatschen Und natürlich der Community Ansonsten lasst ein Abo da Und dann verpasst ihr kein Upload mehr Bis denn dann Euer Braubucher Bis zum nächsten Mal Tschau 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 Untertitelung des ZDF, 2020